moin moin euer jack ist hier wie der eine oder andere schon an titel mitbekommen hat geht es heute um einen noclip wo man ein shift des modus exodus sieht wo man rumfliegen kann und so weiter und so fort und das wollte ich euch nicht vorenthalten deswegen zeige ich euch das jetzt würde sagen let's go starte kat bettifield dann geht es rein ja moin digger frei versprochen dann geht es rein da das schiff oder auch schiffe wo auch npcs rumstehen oder puppen keine ahnung was ich dabei gedacht hat oder auch dies aka ea keine ahnung und die denke ich bestimmt wie kommt man dann da rein jetzt vielleicht eingeblendet oder auch in der video beschreiben wenn ich das natürlich vergessen sollte sieht hier ist jeder reinkommt ihr müsst einfach diese hast du unter escape drücken und kommt in so eine konsole wie ihr gerade seht könnt einfach eingeben geht einmal runter macht enter gibt danach auf englisch falsch ein also falls jetzt richtig ausgesprochen habe und what the fuck is going on dann sind wir einfach im schiff von exodus und ja ging jetzt einfach mal rum und ich finde jetzt schon die qualität des spiels ist jetzt schon uff und ist einfach schon krass ich denke mal nicht dass es das volle programm am ende ist ihr bestimmt merkt oh mein gott der hast wird feuer der verspricht sich feuer ja jungs ich bin hyped wir haben es jetzt gerade kurz vor 0 uhr bin absolut hyped ich freue mich absolut wenn morgen bettifield release wird was heißt release wenn die beta release für englisch zu haben können die ihr auch mitbekommen sind das wirklich gruppen oder auch einfach nur anzüge die man bestimmt bekommt oder hat wenn man jet rubschrauber fliegt und sieht schon sieht schon nicht schlecht aus und wie ihr mitbekommen habt zeige ich ja auch ein schiff von exodus hier seht sind hier mehrere schiffe von exodus das soll heute die exodus map sein und ich bin echt hyped ich freue mich schon auf morgen und warte mal jungs ich muss ganz kurz mal einen screenshot machen ich finde schon krass dass es sogar einfach no clip jetzt gerade schon gibt irgendwas wird die irgendwo versteckt sind sollte ich jetzt irgendwas finden welches noch mal einblenden wenn ihr seht ihr uns wahrscheinlich und seht ihr mich jetzt ich einfach so ein bisschen rumfliegen und ein bisschen was zeige und sollte ich irgendwas finden welches noch mal einblenden wird dann auch noch mal reden solltet es aber nicht das fall sein wenn ich einfach nur rumfliegen und musik abspielen lassen und das euch einfach mal so ein bisschen zeigen tut mir auf jeden fall reiht wenn ich öfters versprochen habe hätte es auch jetzt wie jeder andere raus cutten können ich bin aber auch bin ich ehrlich zu faul und ich bin auch kein profi cutter kein cutter oder whatever ich bin einfach ein streamer apropos streamer, ich streame viermal die woche zweimal davon auf twitch, zweimal davon auf youtube montag und mittwochs auf switch donnerstags und samstag auf youtube natürlich wer Bock darauf hat, gerne mal folgen switch ist verlinkt daher werde ich, ich habe die woche jetzt nicht so richtig gestreamt bis gar nicht weil ich jetzt so drei tage ineinander streame morgen die bette fehlt später dann Tage darauf farcry6 wer darauf bock hat, kann gerne rein folgen, die glocke aktivieren könnt ihr gerne auf meinen discord join, der auch natürlich in der beschreibung ist und dann werdet ihr auch nichts mehr verpassen weil wie wir wissen die glocke auf youtube und twitch ne ist ja nicht das beste vom äh das gelbe vom ei und ich ich applaudiere an euch sorry ich habe jetzt mein mikrofon geboxt ich applaudiere auf euch bewertet bitte das commentary nicht so hart ich bin in diesem Schema lost wenn ich streame, glaube ich da auch so ein bisschen Fates versprechen mich oder so aber ihr müsst verstehen ich mache nie wirklich nie commentaries ich habe das jetzt das dritte oder vierte mal gemacht und wie schon gesagt es tut mir leid wenn ich mich wenn ich mich ein bisschen versprochen habe weil ich bin ersten Zeib bin glücklich dass morgen endlich die beta los geht weil wie wir auch alle mitbekommen haben ist quasi so ewig nichts auf dem markt zum spielen scheißegal vorstelle weiter rum blablabla haut rein bis zum nächsten euer jack macht das mikrofon aus klickt ein bisschen rum und dann zeige ich euch noch ein bisschen wie das hier aussieht vielleicht fällt euch was auf vielleicht fällt mir da was auf tschau tschau e ich lebe oder mich lebe 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und wer bis jetzt geguckt hat, bitte lasst nur ein Like da und ein Kommentar wenn es euch gefallen hat. Dankeschön, los geht raus. Vielen Dank. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh.